Hinflug auf uns, Rückflug auf uns, Ihr neues Lächeln von uns! Eine Kampagne von Hospitadent, die Sie fliegen lässt. Kommen Sie bis Ende Dezember in die Türkei und wir zahlen Ihr Flugticket. Zudem sind Implantate immer noch 399 Euro. Türkeis und Europas führende Zahngesundheitsgruppe Hospitadent ist jetzt in Den Haag.